Hallo bei Selbstorientiert! Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Das folgende Video ist für euch ein Zusammenschnitt aus dem Wichtigsten, was für euch relevant ist, nachdem ihr auf dieses Video geklickt habt. Dabei ist das gesamte Video jetzt in der Infokarte verlinkt und folgt auch nachdem ihr den Ausschnitt aus diesem Video gesehen habt. Viel Spaß beim Video! Kommen wir dann jetzt zu den fotografischen Werken, die Thomas Strutt geschossen hat, beziehungsweise die er erschlossen hat. Und zwar ist es so, dass er zunächst in der Schwarz-Weiß-Fotografie aktiv war. Dort hat er insbesondere Industrieflächen oder auch verlassene Straßen und Stadtszenen fotografiert, beziehungsweise dargestellt. Das heißt, hier sehen wir, dass er sich insbesondere am Anfang seiner Laufbahn nach seinem Studium, aber auch während seines Studiums schon, also während seines Studiums in Düsseldorf, bereits mit der Schwarz-Weiß-Fotografie sehr auseinandergesetzt hat, sehr tiefgehend auseinandergesetzt hat und entsprechend hier dann versucht hat, diese Industrieflächen darzustellen, diese Industrie darzustellen, die natürlich in der Nähe von Düsseldorf durchaus viel vorhanden ist, insbesondere die Nähe Düsseldorfs zum Ruhrgebiet, ermöglicht natürlich hier, dass entsprechende Industrieflächen oder auch verlassene Straßen und Stadtszenen besonders beeindruckend sind und besonders gut sich entsprechend für dieses Schwarz-Weiß-Motiv eignen. Also das ist ein Teil dieser fotografischen Werke, die hier relevant geworden sind für seine Laufbahn. Anschließend ist es so, dass er sich zu expliziten, beziehungsweise bekannten Orten zuwendet. Das heißt, er geht davon weg, zufällig ausgewählte Industrieflächen oder zufällig ausgewählte verlassene Straßen zu nehmen, die keine konkrete Bekanntheit haben, sondern er geht jetzt dazu über, dass er explizit bekannte Orte nimmt, die beispielsweise in Tokio oder in New York existieren, aber natürlich auch teilweise in Berlin. Also auch in Deutschland hat er sich da natürlich einiges angeguckt und versucht, diese expliziten, bekannten Orte dann darzustellen, mit seiner fotografischen Kunst besonders zu betonen. Hier ist es dann tatsächlich so, dass es auch nicht mehr unbedingt alles Schwarz-Weiß-Fotografien sein müssen, beziehungsweise Schwarz-Weiß-Fotografien sind, sondern er sich dann tatsächlich zu einer expliziten Darstellung bekennt und trotzdem immer das Auge auf das Besondere im Bild versucht zu legen. Und das ist auch einer seiner zentralen Ansprüche, dass er mit dem Bild bereits das festhalten kann, was er sozusagen in dem Moment entdeckt. Und dementsprechend hat er auch das zentrale Mantra, dass seine Bilder nahezu nie bearbeitet sind. Es gibt ganz wenige ausgestellte Bilder, die bearbeitet sind. Also hier die Bearbeitung der Bilder fand eigentlich nahezu nie statt. Und das ist natürlich auch nochmal wichtig hervorzuheben, insbesondere mit den heutigen Möglichkeiten, die da einfach in der Fotografie bestehen, dass man da dann trotzdem sich von abwendet. Ist natürlich auch ein Teil des künstlerischen Werdegangs beziehungsweise des künstlerischen Verständens der Fotografie. Wir haben heute unter anderem, er wird heute unter anderem in Dallas oder auch dem Metropolitan Museum of Art in New York ausgestellt. Das heißt, er ist natürlich auch von großer Bedeutung, insbesondere das Metropolitan Museum of Art, ist natürlich weltweit bekannt, aber auch in Dallas ist er in einem entsprechend bekannten Museum ausgestellt. Also auch das wichtige Beweise für seine Relevanz weltweit, international anerkannt und dementsprechend hier das auch nochmal hervorzuheben. Seine fotografische Idee war praktisch die Idee des präzisen Sehens und die Hinterfragung bekannter Muster. Also das nochmal ganz wichtig, wie er sich praktisch eingearbeitet hat in das Thema der Fotografie. Er hat nämlich gedacht, dass er beim Fotografieren praktisch erstmal die Idee haben muss, wie kann ich präzise sehen, was sehe ich überhaupt dort, bevor ein Foto entstehen kann. Und dementsprechend hat er ganz häufig hinterfragt, was ist denn, wie typische Fotografen vorgehen, muss ich das anders machen, gibt es da andere Möglichkeiten, die eventuell sogar besser sind. Und das ist genau dieses präzise Sehen, dass er sich abwendet von bekannten Mustern oder von bekannten Möglichkeiten der Fotografie, sondern eigene Ideen entwickelt und diese eigenen Ideen dann auch umsetzt. Und damit ist jetzt das Video eigentlich vorbei. Wir haben für euch jetzt die wichtigsten Informationen rund um das Thema zusammengefasst, aber wir möchten euch nochmal ein wichtiges Video an dieses Video anhängen, damit ihr nochmal eine Gesamteinordnung in das Thema bekommt. Das heißt, für euch folgt jetzt nochmal ein inhaltlich relevantes Thema. Falls ihr daran auch interessiert seid, bleibt einfach dran und dann könnt ihr euch auch ein bisschen weiterbilden. Viel Spaß mit dem Video. Kommen wir zunächst zu der Biografie bzw. der Einordnung. Und zwar ist er ein deutscher Fotograf, der geboren in Geldern ist. Er ist um 1954 geboren bzw. in 1954 geboren und lebt heute in Düsseldorf bzw. in Berlin. Dort ist er ansässig und hat das als seine zwei Heimatorte ausgesucht, Wahlheimatorte ausgesucht, in denen er noch heute sehr tätig ist und entsprechend auch agieren kann. Interessant ist, dass er in Düsseldorf studiert hat und dann anschließend auch ein Professor der Fotografie gemacht hat. Das heißt, hier sehen wir tatsächlich, dass er nicht nur eine Leidenschaft für die Fotografie entwickelt hat, sondern dann tatsächlich auch diese Leidenschaft in einen Beruf schon früh professionell umwandeln wollte. Das heißt, er hat sich dazu entschieden, als Professor der Fotografie bzw. natürlich auch als studierter Fotograf dann entsprechend professionell zu agieren, professionell einzugreifen und auch eine professionelle Laufbahn zu starten. Und so ist natürlich auch ein Teil seines Erfolges durchaus berechenbar gewesen. Interessant ist, dass er weltweite Ausstellungen hat. Das heißt, wir haben hier einen deutschen Künstler, der weltweit anerkannt wird, international angesehen ist, da er natürlich weltweit in den verschiedensten Orten, nahezu auf jedem Kontinent, schon eine Ausstellung machen durfte. Und das Tolle ist oder das Eindruckende ist, dass das bereits mehrere jährlich sind, die seit 1998 aufgelistet werden. Seitdem werden diese Aufzeichnungen sozusagen und Ausstellungen dann auch entsprechend festgestellt, festgehalten. Und es ist so, dass jährlich mehrere seiner Ausstellungen stattgefunden haben. Jetzt in den letzten Jahren, vor allem im letzten Jahr eher weniger natürlich, aber davor tatsächlich sehr viel. Er ist dabei beeinflusst worden von Gerhard Richter sowie Bernd Becher. Beide sind ja auch in Düsseldorf aktiv gewesen. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf seine Fotografie gehabt, auf seine biografischen Laufbahn dann entsprechend auch und auch auf seinen Werdegang. Also dieser frühe Einfluss von durchaus sehr relevanten Künstlern ist natürlich hier hervorzuheben und ist auch entsprechend ein Merkmal seiner späteren Laufbahn. Er versuchte dabei stets, eine übergreifende Werkidee zu haben und so eine Ordnung in seine Fotografie zu bringen. Das heißt, er hat versucht, stets eine Werkidee zu haben beziehungsweise auch eine Ausstellungsidee und ordnet alle Fotografien dieser Werkidee unter. Beziehungsweise seine Idee ist praktisch, dass man hier praktisch ein übergreifendes Ordnungssystem schafft und so dann entsprechend auch eine Ordnung in die verschiedenen Fotografien hineinbringen kann. Und das ihm letztendlich auch ermöglicht, dann langfristig eine entsprechende Werkidee zu verfolgen beziehungsweise diese Ordnung in seine Fotografie zu bringen. Und damit wollen wir euch das Ganze nochmal kurz zusammenfassen. Biografisch ist interessant, dass er in Geldern geboren ist, also ein deutscher Fotografen, 1954 geboren, lebt heute in Düsseldorf und Berlin. Er hat in Düsseldorf studiert, ist Professor der Fotografie geworden und entsprechend hat er eine internationale Anerkanntheit erreicht. Weltweite Ausstellungen sind seit 1998 nahezu mehrmals jährlich vorhanden und er versuchte, bei seiner Fotografie stets eine übergreifende Werkidee zu haben, in der man dann die verschiedenen Fotografien einordnen kann. Zunächst hat er mit Schwarz-Weiß-Fotografien gearbeitet, eher von verlassenen Straßen oder Industrieflächen und dann ist er tatsächlich dazu übergegangen, explizite, bekannte Orte in Tokio beispielsweise oder auch in New York zu fotografieren. Auch in Berlin ist natürlich da ein zentraler Ort für ihn gewesen. Heute wird er unter anderem in Dallas oder New York ausgestellt und interessant ist auch, dass er seine Bilder fast nie bearbeitet hat und die Idee des präzisen Sehens hatte, womit er bekannte Muster der Fotografie hinterfragt hat und so die Möglichkeit geschaffen hat, nochmal eigene Wege zu gehen. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls es eben so sein sollte, lasst doch gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr den ersten Link in der Videobeschreibung auscheckt. Das ist ein bisschen Werbung in eigener Sache. Dort könnt ihr aber das Buch zu dem Thema jetzt finden. Das heißt, wenn ihr euch gerade auf euer Abitur vorbereitet oder natürlich auch auf die nächste Kunstklausur, dann ist dort nochmal alles Relevante zu Thomas Struth zusammengefasst. Also guckt auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Da wünschen wir euch ganz viel Spaß damit und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.